Hallo, hallo! Und es geht! Ist das schön, wieder zu Hause zu sein, hier im guten alten Feld. Ja, wieder vernünftiges Bier, frische Luft, geiles Wetter. Ja, auch wenn es so cool ist, aber, ha, Mensch. Und vor allem, normale Leute, du und ich. Ja, wir sind heute in Köln angekommen, unsere ganze Truppe in Köln, in Köln war vor 16.455 Videos irgendwann nepp sich gedacht hat, Alter, ich mach einfach mal, ich stepp mich mal vor so eine Kamera und dann zock ich einfach ein bisschen. Und dann schreit man nach der beiden rum, und dann nehm ich das auf und dann lade ich das auf YouTube hoch. Und derjenige hat damals mit mir zusammengewohnt, ja. So ein Irrer hat mit mir zusammengewohnt. Ich hab so gedacht, meine Güte, was macht denn der Depp da drüben? Und wer war es? Niemand Geringeres als... ...Hillers! Witz! Freut mich! Freut mich! Ja! Das war richtig geil oben, das war München, da wurde ich angefeuert, allein da, München hat damit angefangen, dass ich das Bier exen musste, weil es ist halt München. Musik Applaus 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 Also der Einzige. Knie ist sie ein bisschen nieder. Passt auch nicht zum ersten Mal weiter ab. Das wird's dieser Biss vorher noch nicht eingefallen. Eigentlich da, aber ich darf auch zum ersten Mal krönen. Ich kröne sie zu. King Sword. King Sword, der Sincer. Dankeschön. Das ist schön. Jetzt sind wir dann heute Abend wieder anbraten. Ich finde das so geil. Wenn wir dann zusammen haben mit Brüssel, ziehst du dann wieder schön an. Das ist geil. Das war so geil. Das war so geil. Das war so geil. Das war so geil. Okay, dann kommen wir zur voller Version. Das war so geil. Ich grüße ganz herzlich Gregor. Das war so geil. Skaal. Und wir. Und da ja. Und das ist schön. Ich habe jetzt nicht mehr offen. Das ist so geil. Das ist unglaublich. Ich will gar nicht wissen, wie das hier aushalten soll. Es ist so, wir höhlen alle. Echt so? Hast du das? So geil. Da hast du drauf. Das ist alles gut! Das ist alles gut. Das ist alles gut! Das ist Peter Wurst hier gerade. Ja! Das ist Peter Wurst hier! Da kommt der Peter. Hey! So! Die was? Nein das ist der Wurst! Das ist kein... Das ist was anderes. Das war ne Bimpe. So, mal den hier. Da steht sich doch so schön. Ich muss nur weiter vorne. Ich muss mich jetzt rumdrehen, weil das ist ja mal ein Arsch zum Publikum. Nein, nein, nein. Du musst dich vor die Couch stellen. Dann gibt's doch die Kamera zeigen. Hörst du mal wiederkommen mit der Scheißelabe? Aber noch falsch geschickt. Nee, darf stehen bleiben. Hey Erik, das ist ein bisschen. Wir haben den Zoom schon ausgeschickt. So kann die Leute das sehen. Ohh! Ihr dürft doch nicht petzen. So, dann fangen wir an. Wir müssen jetzt schon zurück. Das ist ja schon zu Ende. Das ist ja schon zu Ende. Das bringt mich eine Schwierigkeit. Jetzt geht's zum Zoom. Das bin ich sehr. Seh ich nicht. Das bringt mich jetzt hart eine Schwierigkeit. Ich sage mal, wie viele Wörter sind? Wie viele Wörter? Juliana! Juliana! Hab ich immer noch mal, hab ich erst. Ein Wort. Tron! Jetzt kommt hier keiner mit. Beton-Locke! Herr Muriel, Beton-Locke! Ich halte mich auch mal! Wir haben heute noch sexuell gemacht. Er ist gelobt. Dann steht sie nach der Zuhause-Zone. Ja. Aber ich halte mich an 35 Jahren, wo wir einen Grund gemacht haben. Das war ja ein guter Traum. Schön. Du kommst immer drauf. Ich hab mich darauf achten. Am besten auf den grünen Stuhl. Dann kannst du besser mitraten. Sonst zeigst er dir die ganze Zeit den Arsch nicht gesehen. Geil. Das freut mich nicht. Juliana! Indiana! Die ganze Zeit ist super schwer. Stephen Hawking! Was? Ich hab keine Ahnung. Wir werden mal schon wieder füllen. Wer ist mit deiner Hosentasche? In der Hosentasche? Das passt hier mal ganz genau auf. Einen Wort. Wie viele Wörter? Ein Wort. Wer schaut sich hoch? Umschauen! Dumm aussehen! Das ist ein Schild! Alle Zeit! Hochlesen! Studieren! Zeilen! Schreiben! 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 Autor! Poet! Schreiben! Auswendig lernen! Lernen! Student! K! 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 M! Würfel! Also irgendwas mit Lernen auf jeden Fall, oder? Ja! Das Wort dafür? Nimm da! Nimm! Nimm! Was? Ja! Moment! Ritter! 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 Ritter mit Schild! 300! Gelehrter! Ritter! 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 Schwertkämpfer! Geschichte! Und Schwert! 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 Schwertkämpfer! Schwerkämpfer! Was? Moment! Es ist ein anderes Wort! Moment! Ritter! Super stark! Energydrink! Ja! Gronkh! Der Bär belegt! Der Bär belegt! Römer! 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 Die spinnen die Römer! 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 Ja! Danke! 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 Wer deckt sich die Wörter aus? Alter, war so eine Säcke! Latein! Latein! Boah! Ja, Latein hab ich immer gehabt, aber... Ja, ich auch nicht, aber... Schäden! Schäden! Betongelocke! Salz! Ich wollte auch gerade sagen! Schäden! Schäden! Ja, okay, wie viele Wörter denn? Zwei Wörter? In einem drin! In einem drin! Ja, ich bin echt! Ganz im All-Zone-Bron-Standard! Sieben Ficker! Ja, das ist ja! Arsch! Arsch! Moment! Kacken! Wurst! Kacken! 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 Wo ist es? Wurst! Wurst! Ja! 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 Wir haben eigentlich Gleichzeit! Wir machen einfach zu zweit! Wir machen einfach zu zweit! Let's Treader! Sexy! Moment! Ich greife die Zugehäste! Das ist mein Spezialgebiet! Ja, komm, wirklich! Ich hab die gekauft, ja? Hallo, ey! Fünfmal rein! Ohhhhh! Das ist schwer! Das ist schwer! Hey, ist nicht schwer! Wie macht man das denn? Ich würd sagen, wir zeigen in eine bestimmte Richtung! In 3, 2, 1... Hey, mein Spitzchen! Was hast du denn zu Köln gesagt? E-Berg! Wow, Köln! 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 Ihr müsst normal machen! Wo die Witze machst du? Aber er hat Köln gesagt! Und dann E-Berg gesagt! Du hast Köln gesagt? Ja, gereikt ja! Das ist ja das Wort! Köln ist das Wort, Köln! Das war's eigentlich vorher! Das war's eigentlich vorher! Ja, genau ein bisschen... Das ist der Abschnittsmerz! Ja, das ist der Abschnittsmerz! Das ist der Abschnittsmerz! Erstmal selber gucken! So! Ja, perfekt! Da war das immer gut hin! Franz Kaya! Juliana! Thanks, Love! Rock! 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 Pass auf, wir müssen das auch teilen! Was? Ich mach den Vorgang und du machst dann, was da passiert! Okay! Okay! Ausziehen und verteilen! Noch kleines Rollen! Essen! Essen! Verdauung! 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 Ja, verdauung! Ja! 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 Ben Plan! Beiellmann war das kein Mal! Tumul! Aheey! Du weißt mit, gegen, 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 gegen gegen, gegen, gegen? Ich bin zu zweit! Zu zweit! Ich bin zu zweit, gegen! Komm, gegen gegen, 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 gegen! Ich bin zu zweit, gegen, 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 gegen G customer! HU Arts! AHE navy zur R animativen! Gooey! Hat das au-ra-ra-rainy! Aber du könntest mich schieben. Volator. Warte, ich mach das. Machst du erstmal? Oh nein, die Blume! Oh nein! Ist die echt? Ja. Wir haben echt eine Blume. Ja, das ist wahr. Wir haben nur echt eine Blume. Ja, ist egal. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Habst du nicht angefangen? Ja. Ich hab noch mal angefangen, dann noch mal zuerst. Ach so, ich wollte zuerst eine typische, so, das Gute nehmen. Die Welle. Okay. Surfen. Schlagen. Online. Crowdsurf. Crowdsurf. High, high, high. Was? Ball! Ball! Ja! Ball! Ball! Ein Ball! 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 Bis zum nächsten Mal.